Man hört ein akustisches Signal wie eine gemuschelte Stimme. Die Baselianembran gerät in Schwingung und aktiviert bestimmte Gruppen der äußeren Haarzählen. Das Stimme und sagt außerdem, dies bitte etwas lauter und verstärkt den Impuls, um die äußeren Haarzählen für die betreffenden Frequenzen sich zu kontrollieren. Die umgegenden inneren Haarzählen werden dadurch präziser und sensibler erregt. Plötzlich verstehe ich, was gesagt wurde. Dies ist einfach dargestellt. Es ereignen sich Steuerungsvorgänge zusätzlich in den oberen Herdabschnitten. Amin. 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 Das war's für heute. 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 das war's für heute.